wir starten mit dieser aussicht hier schaut nach einem thumbnail aus aber ich habe ja meine thumbnails hier schon das schaut aber gut aus gerade für die leute die gerne landschaft schauen in diesem spiel oder in spielen das schaut schon geil aus gerade so wenn wir die letzten heilpflanzen noch und dann gehen wir weiter mit der mission die monster monster zu autos gespielt wo ist mein rettier nach oben in der festung hatte brav mitgeholfen wer ist ein gutes reitier du bist ein gutes reitier ok weiter reiten zur nächsten mission ich glaube es sind die prüfungen wieder da ist ein lagerfeuer muss man fast speichern obwohl ich schon frisch gespeichert bin nicht frisch erholt aber frisch gespeichert ich weiß gar nicht was frisch erholt sein sollte kampfmusik deswegen ach du scheiße das war der impuls von diesem turm mein armes tier alles was aber ok ich glaube mit feuer mache ich das weg das dann die erst dinger die sand triff ich das nicht triff ich anscheinend nicht ich hoffe es war vorher was ich darauf schießen muss auf ihre tanks aber ich bin mir gar nicht mehr sicher rabbit feuer rabbit feuer wohohoho servus junge kommt schon ein brenner ab ich weiß dass ihre tanker explodieren aber ich weiß nicht mehr genau was getan hat das hätte ich vielleicht nachschauen sollen lagerfeuer entdeckt den rauszuziehen da aus der zone ist vielleicht nicht das beste vielleicht probieren wir es mal mit dem teil da mehr feuer sehr schön das war es das ist der event eben det oder natürlich ant das dauert wieder ewig das ist genau der Anfangsfall den ich brauchte alles brennt rundherum auch schön aber ich habe ihn wieder weggezogen den einen vom Durm probieren wir uns wieder mit dem Teil there we go das ist der Magic Trick anscheinend ah da wurde ich wieder geerheilt ich glaube mit der Stolperfalle ist der auch gut gegangen ich merke doch ok haben mich die gesehen schalten wir den Turm aus die wollen rolling 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 sie gehen in die falsche Richtung Attacke auf den Turm ihr seht mich nicht nice muss ich die dann überhaupt ausschalten ich glaube schon so Rasseln am Mundi gehen wir voll füllen ich habe gesehen dass der gerade down gemacht worden ist das ist auch nicht schlecht Munition was war das jetzt Flammenwerfer eine eigene Waffe Waffe Flammenwerfer warum nicht jetzt habe ich eine Aufmerksamkeit das haben wir ok naja ich glaube die Stumschleuder war auf jeden Fall besser als der Flammenwerfer big explosions die Stumschleuder macht er schon was gegen die dritten nice kann man direkt auffüllen ich hoffe ich habe die Rohstoffe ich weiß gar nicht dass ich brauche zünder näche Hüse ja kein Problem hopp und weiter Glas geben Sunshyter Lifehack bei denen ah es hat mir zu viel Schaden gemacht jetzt muss ich mich nur noch Eichhörnzeln oder Kaninzeln umschauen damit ich die Waffe auch Zeit übeln kann wow netter Versuch äämsen gleich ein fetter Anfangskampf überlebt kommt da noch was oh je das sind Menschen doch die Station habe ich doch ausgeschalten oder ja ja habe ich gehen wir noch darüber schauen vielleicht ja schauen wir noch darüber das wollte ich gar nicht ich brauche keinen Feuerschutz wo ist mein Reittier lebt er schon wieder da drüben ist auch ein fetter Feuert hören wir nochmal vorbei an hältst du nicht aus mach ich dich halt fertig moidiolt fertig komm ich da überhaupt drüber nein komm ich nicht da ist ein Felsen im Weg das heißt wir werden rundherum rennen naja reiten Elo reitet die macht alles Kriegerin Kletterin reiten kann sie auch noch einfach OP die Frau naja das wollte ich gerade nicht nicht fluchen wir sind auf YouTube da wird nicht geflucht die Webseite ist für Kinder wo renne ich da jetzt entlang was sollte ich da überhaupt drüber probieren oh nein das sollte ich nicht drüber probieren was habe ich hinter mir erweckt ach noch sowas ich weiß gar nicht wo ich jetzt hinrenne aber es wird mal gerannt run boy run they're trying to catch you da ist wieder ein Turm-Visage hat sehe ich das richtig was ist das Turm Lagerfeuer Turm ok das wird eine Turm-Episode-Visage hat der Flammenbiffer wird mal weggepackt yep das wird eine Turm oh das sind die Dinger ich glaube auf meinen Zähnen bildet sich Frost naja ausgeschaltet sehr schön ok erste Sache das Teil kommt weg was hat gegen die gut funktioniert nehmen wir ihn einfach obwohl ich den nie gern benutze ich glaube das war einfach die Lösung gegen die einfach die Dinger runterlösen der liegt flach ich glaube die kann ich gar nicht tun ich glaube die kann ich gar nicht tun weg mit der Waffe die ist schon mal für nichts wo ist meine beliebte Stumpf-Schleuder da Kassler-Munition ist natürlich auch am Ende du bist doch gleich am Ende solange der Turm nicht heilt in der Zwischenzeit oh der hat ja noch seinen Teile ich muss den Turm überbrücken kontrollieren du kriegst einen kritischen ich glaube ich kann ihn jetzt schnell überbrücken die sind ja langsam alle und zum Schießen hat glaube ich auch keiner mehr was ja das schaut gut aus gut mal sehen ob das Ding auch für mich funktioniert das wird es oh stimmt gestand umdrauffern dann noch einen kritischen Rennen jetzt kann ich sie vielleicht turnen aber jetzt ist sie schon zu spät wie habe ich denn da verfehlt oh durch die Beine durch wirklich oh das war Fettschaden das hat er nicht so sehr weh getan auf was schießt er denn da auf mich jetzt oh je so das war es mit der Munition da haben wir noch ein bisschen was was haben wir hier noch Sprengbomben die funktionieren nicht mehr Sprengbomben for the wind every day der hat gesessen was bist du oh man rett dir ok du wirst verschont heute Glück gehabt dass du verschont wirst ich glaube wir machen hier eine Lootpause und dann wird weiter recorded ich gehe zum Lagerfeuer und ich mache den nächsten Turm dann ein Turm Zerstörungstag ist da ein kaputter Turm auch oh da sind zwei Düme oh ich glaube nur beim oberen sind Viecher also kann ich den oberen gleich mal ausschalten ich muss den Kampf gewinnen das war keine gute Taktik da ah ah Mist ich glaube das Zirbelzahn-Tiger. Okay. Schalten wir ihn aus. Huh. Haben sie mich verloren? Dann war's das jetzt mit dem Turm. Denken geht's anscheinend, jetzt sind sie mich ab. Komm schon, raus aus dem Wasser, Hupf raus. Nein, er ist schon da. Das ist gerade nicht zu leicht, den Turm zu überbrücken. Ja, das ist es nicht. Ich muss den irgendwie stunnen. Dann geht's vielleicht. Oh, ja. Wir gehen trotzdem zu dem Turm zuerst. Oh, das wird sich vielleicht gar nicht auszahlen, wenn der mich sieht, der andere. Oh, das ist der falsche Turm. Wo war der richtige Turm dann? Warte mal. Da ist der richtige Turm. Ah, das ist wieder ein weiter Weg. Aber diesmal sehen sie uns nicht. Schaffe ich's? Halten. Hallo? Let's get's. Okay, wir schaffen es, den Turm zu überbrücken. sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir das Ficht, das ausgeschaltet wird. Für den holen wir schnell den Bogen raus. Ah, wo sind sie, die Elektro-Pfeile? Ich glaube, ich habe sie getroffen. ist der andere schon da? Ah, er ist schon da. Natürlich ist er schon da. Oh, komm schon. Oh. Oh, sieh. Oh, 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 oh. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, ihr Leute. Uh. Wir müssen den richtigen Heiltrank finden. Uh. Kannst du aufhören, mich zerchargen. Unglaublich. Oh, Mist. Das ist kein guter Kampf gerade. Oh, komm. Okay, okay. Das Problem hätten wir mal. Der ist ganz langsam gerade. Den haben wir schon ziemlich fertig. Ja, der ist schon... Huuu. Der hat seinen Tod schon gar nicht erwarten können. Oh boy. Hufufu. Ah, da habe ich ihn in der Falle liegen lassen. Da ist niemand mal reingehupft. Könnte ich sie wieder mitnehmen? Denk an die Sommersonne. Wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Äh, nee. Was haben wir hier? Einen kaputten Turm. Baum, Pflanze. Das war kein leichter Fight. Das hat mich ziemlich zerlegt, der Fight. Schau gerade, dass ich noch Heilung finde um den Fluss herum. Und nicht nur Äste. Und was auch immer das zu leiden wird. Man rett die wahrscheinlich. Das soll ja noch irgendwo leben. Ja, mit der Loot. Was haben wir in der Nähe jetzt noch? Wir haben hier oben eine Siedlung, aber ich glaube, wir gehen jetzt wieder die Main Story an, hier drinnen. Ja. Die gehen wir an. Das brauche ich nicht markieren. Das brauche ich nur rüber teleportieren. Und kleine Pause wieder. Während den Recoding. Ich habe jetzt gerade noch einen 2 Minuten Loading Screen verpasst auf der PS4. Sorry, dass ich das weggekartet habe. Was kann ich tun, Burgrant? Beklage mein verlorenes Glück. Endlich habe ich ein paar Banouk gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Drei Banoukjäger schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung. Keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und du kennst mich, Aloy. Ich bin sentimental. Sie bekamen es auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her. Und ich mache mir Sorgen um sie. Sag mal, Burgrant, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Sie bringen mir das zerstörte Herz und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance. Ich habe sie etwas anderes holen lassen. Du hast sie seither nicht gesehen. Hm. Keine Spur. Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk. Das ist Schamanenarbeit. Jäger erlegen die Maschinen. Schamanen nehmen sie aus. Kein Schamane unter den dreien. Nur zwei Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen. Was hat es dann mit ihnen auf sich? Hm. Das weiß ich nicht. Aber Hammer auf Stahl. Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte. Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne. Sie flüchten vor etwas. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrendt. Wenn ich sie suche, dann um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmids, Entschuldigung. Ich mag diese Idioten sogar. Der weiche Stahl der Jugend und so. Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Eine Versängerkralle, eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen. Ich überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. Die Sachen muss ich dann wahrscheinlich selber einklammern. Ansammeln. Einsammeln. Was haben wir hier? Outfits, Rohstoffe. Nichts Interessantes. Tränke, Munition. Gratiskiste. Das habe ich am liebsten. Die wird gekauft. Ja. Dann zum nächsten Händler runter. Wir werden ziehen immer weiter. Puh. Ich schreibe mir ins Ohr. Pst. Pst. Wo ist der Spezialhändler? Kann ich mir schon mein Outfit leisten? Nein. Mist. Dann runter. Runter und wieder rauft, um den Typen herauszufordern, noch ein Häuptling zu werden. Häuptling Eloi. Bevor sie dann abfährt ins nächste Spiel. Sollte ich das... Pst. Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das erst mal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen und du... Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt auch mein Speer verbessern. Das mache ich später. Zuerst mal baden. Und damit ich Lut bekomme, vielleicht sind ein Hörnchenknochen dabei. Nein. Nein. Mäh. Immer nur ein Schaf. Oder Ziege. Nein, es war ein Schaf. Ich glaube, die haben keine Ziegen, obwohl es ziemlich gut zu dieser Landschaft passen würden, die Ziegen. Das wäre wahrscheinlich nicht das schlechteste hier. Was hast du hier zu suchen, Kleiner? Pff. Half-off-made. Mein Volk erzählt sich über deine Taten, viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flächenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Werak. Du? Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Ich verstehe. Sie handelt als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen, anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester. Das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Arataks es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit... Menschen? Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Mutig. Das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch... wusste er ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde. Am Ende. Das tut er immer. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Urea, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme. Der Dämon. Und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich habe dich unterschützt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Dann riskiere ich mal mein Leben, um eine Banuk-Jagdgruppe anzuführen. Das wollte ich schon immer. Frostfinger, ich komme. Die Lagerfeuergeräusche im Hintergrund von den Leuten, die reden, haben mich ein bisschen gestört. Aber ja, Folge hier vorbei. Als nächstes werden wir uns die Finger abfrieren bei den Frostfingern. Tschüss. bis hier bir Mal. Ja, Cruise. Bis dann. Ciao.